Herzlich Willkommen zurück zum nächsten Teil von unserem Couchtisch. Ich habe gerade auf den Plan geschaut, was mir der Kunde geschickt hat. Wir müssen ein Eck schräg machen, also dass man vorbeikommt. Wir werden jetzt einfach einmal umschneiden und dann werden wir schon die Kanten bearbeiten. Das machen wir mit einem ganz normalen Winkelschleifer. Wir werden das auch gerne durchstarten und anfangen. Bei dem ganzen schneiden darf man das Ganze mit der Motorsag. MS 261, richtig geile Maschine. Wir werden die Kanten bearbeiten. Wir werden die Kanten bearbeiten. Wir werden die Kanten bearbeiten. So, im Prinzip haben wir das jetzt an. Und jetzt können wir eigentlich schon weiter gehen zum Schleifen. Da nehmen wir jetzt den ganz normalen Winkelschleifer her mit einer Fächerscheibe. Die ist auch schon fertig gefahren. Eigentlich können wir auch rein nehmen. Aber wir probieren es jetzt noch einmal und schauen, wie es tut. So. 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 So.